Was ist das? Ist es ein Vogel? Was? Ist es ein Flugzeug? War das ein fliehender Mann? Oder ist es doch Norman Man? Norman? Das ist ein großes Loch in deiner Unterhose. Das ist doch keine Unterhose. Wow! Aufregendes passiert in Pontypandy. Ich kann's gar nicht erwarten, wie es in der neuen Polizeiwache aussieht. Neue Helden. Polizeimeister Merkem. Am Hafen ist die öffentliche Sicherheit bedroht. Neue Erfindungen. Ich habe heute einen phänomenalen Durchbruch erreicht. Die Batterie, mit der wir endlich unsere Erfindung zum Laufen bringen. Und neue Probleme. Kuss auf, Sam! Wenn wir das jetzt nicht stoppen, ist Pontypandy in großer Gefahr. Feuerwehrmann Sam. Helden fallen nicht vom Himmel. Im Kino.